Hallo, in diesem Video soll es um Texturen in Cycles gehen und ich habe in dem letzten Video ja schon auf die Seite textures.com verwiesen, wo ihr Texturen herbekommen könnt und ich verlinke euch das nochmal in der Videobeschreibung und im Video selber und diesmal wollen wir mal sehen, wie wir diese Texturen hier auf 3D Objekte drauf bekommen. Und dazu nehme ich mal den Würfel und gehe hier drauf, um das zu skalieren und das soll jetzt ein Holzbrett werden und jetzt gehe ich auf STRG A, Apply Scale und die Skalierung zurück auf 1 gesetzt wird, angewendet wird und jetzt teile ich mal den Bildschirm, gehe natürlich hier auf Cycles und hier in den gerenderten Zustand, hier auf diesen Button und dann auswählen, dann schalte ich mal eine andere Farbe für den Hintergrund ein, so bläulich, für eine Art Himmel und die Lampe, gehe ich mal hier an die Lampeneinstellung und mache die mal etwas heller. Gut. Und was ich zuerst mache, ich wickele das Objekt ab, das heißt, ich berechne die 2D-Koordinaten von diesem 3D-Objekt, dazu gehe ich mit Tab in den Edit-Modus, drücke U und dann Smart UV Project. Ok. Und jetzt habe ich das abgewickelt, das läuft jetzt im Hintergrund ab, man sieht jetzt nicht gleich, was dann passiert ist, aber wir werden es gleich sehen. Jetzt gehe ich hier auf den Note Editor und gehe mal hier auf dieses Objekt, Use Notes, muss ich hier noch umschalten bei mir, weil ich hier die Animation Notes noch aktiviert habe. Und jetzt mache ich folgendes. Ich gehe auf Add, Texture, Image und öffne ein Bild und gehe jetzt auf meinen Texturordner und da habe ich hier die Textures.com und da gehe ich auf Material, da habe ich jetzt meinen Holzordner. Jetzt kann ich hier drauf drücken und habe jetzt hier verschiedene Texturen, die ich mir schon runtergeladen habe und gehe mal auf alte Bretter und wähle mal hier also eine Textur aus und die verbinde ich jetzt hier mit der Color. Und was ich jetzt mache, damit das richtig angezeigt und gemappt wird, das ist noch nicht korrekt, gehe ich jetzt auf Input, Texture Coordinates und ich habe ja die UV-Koordinaten abgewickelt, also nehme ich hier UV und gehe noch auf Vector, Mapping. Gut, und jetzt kann ich diese Textur hier rotieren. Gehen wir mal auf eine Z-Achse, ziehe ich mal 90 Grad ein und kann sie hier noch skalieren. Ich skaliere es mal in die andere Richtung. Und jetzt haben wir hier unser Holzbrett. Und die Lampe mache ich mal noch ein bisschen heller, dass wir das noch ein bisschen schöner sehen. Und jetzt ist diese Oberfläche noch sehr glatt und da gibt es jetzt einen kleinen Trick. Da kann man jetzt ein Bump Map drauflegen, damit hier dem Licht vorgegaukelt wird, dass es sich hier um verschiedene Höhen handelt, dass dieses Material rau ist. Gehe ich also auf Add und dann bei Vector, Bump und hier schalte ich jetzt die Color von der Image-Texture in die Höhe, die Height und Normal zu Normal. Das sieht man jetzt noch nicht viel. Das liegt aber daran, dass das hier bloß ein Diffus-Shader ist. Und dann nehmen wir mal noch ein Mix-Shader, hier bei Add-Shader-Mix-Shader und Shader-Clossy-Shader. Und verbinden jetzt die Normal hier auch mit den Clossy-Shader. Und die Roughness stellen wir mal ein bisschen runter. Und jetzt sieht das sehr seltsam aus. Brauchen wir einfach bloß die Color hier in die Color reinzustecken. Und jetzt sieht das schon besser aus. Wenn wir jetzt hier mal unser Licht hin positionieren, sehen wir jetzt, dass das hier etwas aufgeraut ist. Dass hier etwas glänzt. Gut, und was wir jetzt machen, um das einfach mal zu demonstrieren. Ich drücke jetzt Rx90 und schiebe das mal etwas nach oben. Dupliziere das mal. Und jetzt nehme ich hier, ich kann das jetzt mal ein bisschen höher machen, das brauchen wir jetzt nicht mehr so häufig. Jetzt nehme ich hier ein Array-Modifier und schalte hier mal die Abstände etwas größer ein und hier die Count, die Anzahl. Und jetzt nehme ich dieses und drücke Rx90 und schiebe das mal hier an. Und das kann ich jetzt auch wieder skalieren. Und jetzt haben wir hier so eine Art Zaun. Und dann machen wir unser Licht hier. Das hole ich mal hier näher heran. Dupliziere das nochmal. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit einem Fußboden, eine Plane hinzufügen, mit S größer skalieren. So, jetzt Apply Scale mit STRG A. In den Tabulator-Modus U und dann Unwrap, nicht Smart UV-Projekt, sondern Unwrap einfach, weil das nur eine gerade Fläche ist. Und jetzt gehen wir auf ein Material. Und machen jetzt hier mal eine Gras- oder Moos-Textur rein. Und dann also add texture, image, input texture coordinates, UV-Vector-Mapping. Und Jetzt öffne ich hier wieder eine Bild-Textur. Ich habe das hier bei Natur. Moos. Dann kann ich wieder hier auf dieses Symbol gehen. Dann zeigt es mir das an. Nehme ich eine Textur. Verbinde das mit der Color. Und jetzt machen wir wieder dasselbe. Wir gehen auf Shader. Glossy. Shader, Mix-Shader. Und verbinden das. Machen das so die Rauheit, die Rauhen ist ein bisschen zurück. Gras spiegelt ja nicht so sehr. Und etwas glänzt. Gras, aber es spiegelt nicht. Und jetzt gehe ich wieder auf mein Vector. Bump. Und hier Color in die High. Normal zu Normal. Und Color in die Color der des Glossy Shaders. Und jetzt können wir das noch skalieren. Einfach hier reinklicken. Nach unten ziehen. Und dann nach links oder rechts. In dem Falle nach rechts. Und jetzt haben wir hier eine kleine Sehne mit ein Zaun und Moos. Jetzt können wir mal dieses noch nehmen. Und hier nochmal Smart UV Project nehmen. Dass das die Textur etwas inzerrt wird. Ja und da sind wir schon am Ende. Also dann. Bis dann. Ja und da sind wir noch am Ende. Und dann. Vielen Dank.